Teil 17 Ein Bollwerk Sonntag, 11.30 Uhr Vauxhall Cross war ein ultramodernes Hochsicherheitsgebäude. Wie eine Trutzburg des 21. Jahrhunderts stand es am Ufer der Thamesse. Die Fensterfassade reflektierte in kalten Farben die Londoner Außenwelt und gewährte niemandem Einblick. Chrissy hatte im Internet gelesen, dass Vauxhall wie ein faradayscher Käfig funktionierte. Das Bauwerk ließ keine elektromagnetischen Strahlen eindringen. Dieser Schutz verhinderte, dass eine hineingeschmuggelte Bombe von außen gezündet werden konnte. Und selbstverständlich waren die Damen und Herren des MI6 durch diese Maßnahme auch vor Abhörattacken sicher. Das hier war eindeutig eine Nummer zu groß für Chrissy Gerber und Raymond Shield. Sie standen auf der Uferpromenade und starrten fassungslos auf die Fassade. Green und Blue schnüffelten jetzt in diesem Betonlabyrinth. Raymond winkte zaghaft. Chrissy wandte sich ab und beugte sich über die anthrazitgraue Uferbrüstung. Zwischen den Laternenpfeilern ragten riesige Löwenköpfe aus dem Mauerwerk der Brüstung und überblickten den Fluss. Die Raubtiere bewachten die Trutzburg, wie in früheren Zeiten. Chrissy fröstelte es, trotz des warmen Sommertages. Vauxhall besaß fünf unterirdische Stockwerke. Die Löwen schienen ihr zu sagen, wagt es ja nicht, hier einzudringen. Vauxhall, Sonntag, 12 Uhr. Henry Baldwin hatte eine anstrengende Arbeitswoche hinter sich. Sicherheitsstufe 1 bedeutete Stress ohne Ende. Für alle. Ihre Aufgabenfelder verdoppelten sich und die Personaldecke blieb so dünn wie immer. Als Krönung hatte sein Chef ihn am Freitagnachmittag zu sich zitiert. Er verlangte einen aussagekräftigen Arbeitsbericht von Henrys Abteilung. Abgabetermin war Sonntagnachmittag um 13 Uhr. Der Boss traf sich am Nachmittag mit dem Außenminister zum Golf. Henry hatte noch eine knappe Stunde Zeit und überflog seinen Report. Von einer Last würde er morgen befreit sein. Trotzdem, es war ein Fehler gewesen, die Koordination von dem lästigen Eurosec-Projekt zu übernehmen. Anfangs hatte er dem hochkalibrigen Projekt begeistert zugestimmt. Mittlerweile war seine Begeisterung verpufft. Es hatte ihm bisher nur Ärger und zusätzliche Arbeit verschafft. Informatiker und Wissenschaftler aus ganz Europa mischten bei der Sache mit. Ein illustres Völkchen. Seine Abteilung überprüfte unter anderem die Arbeitsmittel der Projektteilnehmer. Laptops, Datenträger, der übliche Mist. War eigentlich eine Routinemaßnahme. Bis an diesem denkwürdigen 16. Juli der irre Quantenrechner zum Check angekarrt wurde. Fast hätte das Teil nicht in den Lastenaufzug von Vauxhall gepasst. Der Prototyp eines Quantencomputers, Made in Switzerland, faszinierte seine Crew und lenkte sie von ihrer eigentlichen Arbeit ab. Zudem musste das seltsame Ungetüm permanent gekühlt werden. Eiger Nordwand, so tauften sie ihn. Ein paar schoben freiwillig unbezahlte Überstunden, um das Gerät bis ins kleinste Detail zu testen. Tja, nun wurden sie die Nordwand zu Henrys großer Erleichterung endlich los. Es gab keine stichhaltigen Argumente mehr. Alles war geprüft. Nichts an dem Teil war abnorm. Außer vielleicht der Quantencomputer selbst. Er stand auf, ging zum Fenster, nahm die Schere und schnippelte an dem Ficus bengalensis herum. Das Grünzeug beruhigte seine Nerven. Seine Bonsai-Sammlung war mittlerweile zu einem Wäldchen angewachsen. Jedes Exemplar war akkurat getrimmt. Henry musste, bevor er den Bericht abschließen konnte, zwei Entscheidungen fällen. Das technische Monstrum konnte bedauerlicherweise nicht für das Auftauchen der dubiosen roten Kugel verantwortlich gemacht werden. Quantenrechner legten keine Eier. Aber eins war sicher. Die Kugel kreuzte auf, während das Ungetüm und ein paar Laptops den Testlauf machten. Die verdammte Kugel bereitete Henry Kummer. Erheblichen Kummer. Das Teil sah aus wie die Murmeln seiner Enkelin. Altmodisches Spielzeug, nichts weiter. Erst hatten sie vermutet, dass das Ding eine Wanze, eine Kamera oder sonst ein Gadget war, das irgendwer trotz aller Sicherheitsmaßnahmen hereingeschmuggelt hatte. Irrtum. Seine Wissenschaftler konnten nicht einmal das Material der Kugel analysieren. Es war härter und dichter als alles, was sie kannten. Dr. Sue Rumi hatte sich mit der Kugel intensiv beschäftigt. Sie war top auf dem Gebiet. Sie hatte ihm zu verstehen gegeben, dass sie in Voxhall an die Grenzen der Untersuchungsmöglichkeiten gestoßen war. Jetzt musste er Konsequenzen ziehen. Aber welches Speziallabor war geeigneter? Oxford oder Birmingham? Für was hatte er eigentlich Sue? Er zwirbelte seinen Schnauzer, legte die Schere beiseite, ging zum Telefon und wählte ihre Nummer. Guten Tag, Dr. Rumi. Guten Tag, Chef. Ich will sie auf Geschäftsreise schicken und frage mich, ob sie ganz in der Nähe bleiben oder weiter wegfahren wollen. Sue überlegte nicht lange. Oxford war für die nötigen Hightech-Materialuntersuchungen besser ausgerüstet. Ganz in der Nähe ist sinnvoller. Danke, Sie haben mir sehr geholfen. Tut mir leid, dass ich Sie am Sonntag gestört habe. Henry legte auf. Das wäre geklärt. Die zweite Entscheidung war äußerst unangenehm. Sie bereitete ihm geradezu körperliches Unbehagen. Niemand hatte herausgefunden, auf welchem Weg die Kugel in den Computerraum gelangt war. Sämtliche Videoaufnahmen belegten eindeutig, dass sie nicht gleichzeitig mit den Laptops und dem Quantenrechner gekommen war. Sie war irgendwann, irgendwie aus dem Nichts aufgetaucht. Die Ermittlungsbemühungen seiner Abteilung waren im Sande verlaufen. Er musste schweren Herzens die Spezialeinheit mit der Lösung des Problems beauftragen. In Voxhall durfte eine solche mysteriöse Angelegenheit nicht unter den Teppich gekehrt werden. Hoffentlich war keiner seiner Leute in die Sache verwickelt. Henry nahm den Hörer ab und wählte. Gleich würden die verdeckten Ermittler ausschwärmen und ihre Fangnetze über alle Beteiligten, auch Henry, auslegen. Nach dem kurzen, freudlosen Gespräch tippte er den Bericht zu Ende. Er druckte die Seiten aus und verließ das Büro, um dem Chef des MI6 höchstpersönlich den Bericht abzuliefern. Das war Teil 17 von ScrumX London wie Suche. Alle Hörbuchteile zum freien Download auf ScrumX.de 1. 5. 6. 7. 7. 8.